eine stunde dann ab jetzt alexa start einen timer für eine stunde danke so oh raffi hat ahnung raffi hat keine ahnung ich hab doch ich mag hier irgendwas ja so ey wenn das jetzt richtig gewesen wäre das wäre jetzt genial also vier notizen und first arise first last also ich glaube echt das hat hier mit der ersten oder nicht das ist der erste die letzte notiz also die letzte notiz auch in der reihenfolge warte mal doch ist die hier und glück an ähm wenn der erste one sleeps that's when we forget the past first one sleep hat haki warte mal haki ist auch angeschlafen auf welchem platz saß sie war das hier ne hier hier ne warte mal so war lisa ähm und forget the past das tiefe darf ich darf mich so deine haare anfassen was 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 es ist egal wie rum er ist hauptsache ihr klickt die richtigen an ok ich wollte erst mal nur die frage beantwortet haben der eine will meine getragenen socken die andere will na gut das mit den haaren ist irgendwie noch normaler als mit den getragenen socken ja ok meinetwegen ja das ist irgendwo so the past ist die vergangenheit ich will ganz dumm sagen es ist hier wenn warum erkläre dich einfach nur äh bauchgefühl ne probier's doch mal damit sehen wir's ok ok nehmen wir's für ein Stück ne ah nicht mehr nichts so warte mal ich probier trotzdem noch mal den Haki also Haki zack so aber sicher dass sie nicht in der letzten Reihe saß ich bin mir ziemlich sicher dass sie hier saß ja natürlich saß sie wir haben doch auch unseren Hauptcharakter hier gehabt und weiter als es hier kamen wir nicht die beiden wir dürfen nicht vergessen links von der war der Platz schon besetzt hier saß ja die eine mit den komischen Armen ja aber aus der Dingenssicht haben wir doch so geguckt so zack in die Richtung deshalb muss sie wenn dann hier gesessen haben wenn dann hier genau wie gesagt sagt bescheid wenn ihr wieder nen Tipp braucht darf ich wenigstens deine Hand halten Keanu? fragt Lisa du bist ja nicht hier oh schade und warum eigentlich ja ne ich ich will's gar nicht wissen okay nur darf ich deinen Fuß halten alter ey warte die Frage ist die mit diesen mit den interessanten Augen die saß ja einen Platz eins links also eins vorne und eins nach links vorne die saß hier genau und die mit dem creepy Blick saß hier genau und zwischen inzwischen Lisa und die mit dem creepy Blick war ja noch so ein Typ der schwarz war also komplett ausgeschwärzt das war der schwarze hier der schwarze saß hier das hört sich an und die mit den creepy Augen waren hier der saß hier so weit vorne so weit vorne ne die mit den creepy Augen saß hier ja und vor also ich weiß das vor der mit den Augen war dann auch nochmal so ein Hauptcharakter mäßiger glaub ich und dann davor war nochmal so eine schwarze Marionette und die Freundin die saß hier genau links neben ihr freundlich interessante Augen creepy Augen und Lisa weil ich glaub von dem ganzen waren halt nur diese beiden Plätze in der letzten Reihe frei aber auch hier saß halt dann als wir reingekommen sind als Lisa sich vorgestellt hat glaubt noch niemand ich probiere probieren jetzt einfach zwei rein zwei nein das war es nicht okay einmal hier einmal hier einmal hier der first einmal hier gib ihm ne was scheiße ich hab mich grad so klug geführt aber ne n 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 It's the button. Ja, sollen wir den Knopf drücken? Ich würde tatsächlich sagen, ja, weil... Ich blickte einfach nicht mehr durch. Warte, äh... Hä? Von wegen... Ja, warte eins. Das hier. Und das hier. Nee, und noch nicht mal das mal... Oh, eure... Miso, eure Tipps sind scheiße. Boop. Boop. Nein. Nein, der nicht. Boop. Da, Boop. Nicht da, Boop. Ah, okay. Guck doch auf die Tafel, welche Tüfe da leuchten. Ach, der... Ach so. Oh. Zweite und dritte. Ja, zweite und dritte Spalte sind hier. Die Tür ist offen. Na gut, kommt. Notiert, by the way. Äh, hoff... Und klicken. Da. Aber immerhin geht's jetzt endlich mal weiter. Ja. Ai, 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 ai. Alter. Man kann nicht sagen, dass wir es nicht versucht haben. Man kann nicht sagen, dass wir es nicht versucht haben. Und folgen mir. Du bist targetet. Ich meine, es hat mir vor lange Zeit passiert, aber jetzt, dass du eine neue Knie-School, insbesondere von deiner Familie, bist du die neue Bate. Sie werden wirklich mich und versuchen, dein Leben zu schrauben. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts falsch gemacht, habe ich? Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert, Lisa, du verstehst nicht, oder? Ich werde alles in meine Art und Güte wegschrauben. Du gott mein Wort. Äw. Es ist du. Was sind du hier, Loser? Ich bin einfach auf die Sidesnation von Mr. Halberts. Was ist nicht잘. Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr alt. Wenn du mir nicht in den nächsten Minuten erzählst, dann werden wir dich auch den gleichen Weg verhalten. Bitte, bitte, bitte. Ich habe ihn nicht gesehen. Schau, loser! Wir haben keine Zeit für das. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Eine weitere Chance! Das ist es! Du bist einfach so verrückt als das Freak! Was ist es für dich? Was ist es für dich? Oder für dich? Irgendwann sie hat ihr Wort gehalten. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. 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 Bitte, bitte. Jetzt! Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Er stöscht euch auch. ja kann man auch nicht dass ich muss ja das geil ist aber der schrank hier von vorwenden von vorne dran gehst collider und von der seite rang ist ist bei dem hier genauso wahrscheinlich müssen wir durch den text durch folgt sieht du und da ist er weg wo ich konnte diesen schrank anklicken ich bin tot ja das ist ein bisschen overkill Danke. Das Spiel hat mich da rausgeworfen genau vor ihren Augen. Du bist nur wie Lisa, ein Outkast! Ein Outkast! Komm mal her, rüber! Ach, heiße! Wie oft fühlst du mich noch erstrechen? Ich werde dich über und über und über und über! Ich komme nicht raus! Doch, ne, jetzt. Du bist nur wie Lisa, ein Outkast! Ein Outkast! Ein Outkast! Nein, 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 nein! Ich kann dich sehen! Geh hier! Geh hier! Ich werde dich über und über und über und über! Du bist nur wie ein Outkast! Ein Outkast! Geh hier! Oh, ich glaube ich habe es überlegt! Quick, hide in der Locker! Oh, ich habe den zweiten! Der hat eine Taschenlampe! Ja, ein Baseballschläger! Das ist ein Baseballschläger! Ich werde dich finden! Der zweite Bully! Der Mann nicht mag, wie du fühlst und lieber mit der Ballschläger spielen! Ich möchte lieber mit der ersten Seite! Dann macht mich sicher, er muss mit ihr überwinden! Ich werde diese Strecke überwinden! Ich werde diese Strecke mit deinem Blatt schlappen! Es ist so schönes Oh, ich werde dich verweilen! Ich werde dich verweilen! Geh hier! Geh hier! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Quick, hide in der Locker! Okay, habe ich jetzt... Jetzt ist es vorbei! Ja, und dann geht's genau... Anik, hieb quick. I will find you. Don't hide. Don't hide from me. I just want to talk. 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 Alter, der hat die Kira-Lacke von Death Note. I don't hide from you. I just want to talk. I will find you. I will paint these walls with your blood. It's such a sweet heart. Yeah. Hey, don't hide from me. I just want to talk. I will paint these walls. It's such a sweet heart. I will find you. Don't hide from me. I just want to talk. Raus da. I will paint these walls with your blood. It's such a beautiful heart. Alter. Ich komm nicht so richtig dahinter, wie man aus den Schränken rauskommt. Und ich muss immer wieder mehrmals irgendwelche Knöpfe drücken. Ich will paint these walls with your blood. It's such a sweet heart. Aber ich hab den Zeitpunkt zum rausgehen verpasst. noises heils halten. Wo- Du Boost! Du Und ich geh einfach Ich bin dran. Ich will anfangen, ich ga dich zu hören. Aber es gibt viele Lacken, ich frage mich. Oh, hallo. Oh, das ist die, die ich gesagt habe, die Augen gefallen. Ich habe dich nie ausgelacht. Ach, Hilfe, okay. Äh, äh. Warte. Ich hab nie, ich hab dich nie ausgelacht. Ach, Hilfe, okay. Da ist sie. Ach so. Am I that ugly? Da ist sie. Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? I will make you understand and show you that I am beautiful. Ich leife gerade einfach nur durch und mache die ganzen Dinge auf. Wo ist sie? Alter, wie laut die ist. Hast du dich nicht erwischt oder was? Mhm. Ich finde es auch schön, dass der Hikurashi Musik läuft. Ich finde es gerade, also ich finde es gerade tatsächlich ziemlich einfach, weil es ist einfach wahnsinnig easy dir auszuweichen. Ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, was ich hier machen soll. Ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich tue gerade einfach nur die ganzen Schließfächer aufmachen, weil ein Tipp stand, da sind eine Menge Schließfächer. Problem ist, ich verliere die alte immer wieder aus dem Blick. Ach da ist die alte. Schließfächer. So, das Schließfach habe ich noch nicht auf. Oh, die habe ich auch noch nicht auf. Warte, in die... Was steht hier? Warte. In any locker. In einem dieser Schließfächer muss das Zeige spawnen sein. Ich habe gerade erst gedacht, die hätte mich erwischt, die alte. Ja, ja. So, zack. Warte, alle Studenten und Fakulte-Number. Doki Doki High ist jetzt geschlossen. Bitte exit die Frontentrie. Bitte klären eure persönlichen Belägen. So, ich denke, wir brauchen jetzt... Ich glaube, ich hau hier Metroid Musik rein. Dun, 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 dun. So, so, so... Fall-Timer und so. Haut ab und so. Ne, mein nicht. Du lässt sie über dich gehen. Just like anyone else in dieser Familie. Du musst aufbauen, Lisa. Du bist Angst. Du besser bist. Unendlich. ぉ- Wir wollen hier sein. Unendlich. 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 Es wird immer so. Ich habe das auch. Aber ich habe eine neue Familie. Und später oder später. Du musst da auch. Eine neue Familie? Bub... What are you talking about? Did mom and dad know? Perhaps another time. It seems that little roaches are trying to access a memory. You don't think I've noticed? I only let you hear what you need to hear. Perhaps we've played enough. I'd recommend going back to the hub. You'll notice that the hub might be slightly changed. Who are you talking to, brother? A hub? Es ist nur ein Gefühl, er hat Gefühle für uns. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren ersten Tag. Ähm, es ist etwas, was du wissen musst. Keiner wirklich... ...deine Familie appreitet. Also wir... ...eine anders behandeln. Schau es ruhig, okay? Nicht sogar deinen Eltern erzählen, oder wir werden dich verabschieden. Okay. Waren wir jetzt vielleicht in diesem Klassenraum, oder? Nö, kann man nur nicht... Hi! Du musst einen neuen Studenten geben. Warum kamst du zu unserem Open Day? Wir haben einen Klub, und... würdest du ihn sehen? Wir machen das immer nach zwei Stunden. Also... Warum nicht? Waren wir einen Klassenraum? Okay. Sayuri! Oh! Das ist putzig. Ich weiß nicht, aber... ...die ist mir irgendwie... ...die ist im... Schön, dass du dich im Klub sehen kannst. Bist du hier, um aufzulösen? Du bist... ...Juri. Ich konnte meine Papiere wieder finden. Ich bin so glanzig. Hi! Ich hoffe, ich habe einen schönen Tag. Ah, hi! Well, well! Du hast es in diesem Klub geschafft! Du denkst, um aufzulösen? Unglaublich, haben wir uns bereits vorher kennengelernt. Du brauchst nicht jemanden. Du spielst Doki Doki Doki. Das ist so komisch auf YouTube. Ein Streamer vielleicht? Vielleicht... ...denn. Ich erinnere dich nicht. Ich erinnere dich nicht. Wir sind gerade jetzt. Ich erinnere dich. Ich erinnere dich. Ich erinnere dich. Alex Evergreen! Toll. Aber... Es ist immer schön, dich zu sehen. Komm her und sag's hallo! Hast du ihn gesehen? Es ist immer schön, dass du ihn gesehen hast. Nicht so viel von einem Sprecher, sind Sie? Nicht so eine Überraschung. Du gehst hier raus. Wir brauchen keine falschen Verlusten. Wir brauchen das früher. Du wirst die Opa nicht mehr morgens weg, oder? Er ist dirέλetlich schwer. Du wirst die Opa nicht mehr. Es kann noch morgens nach kindaern. Abessch brigst die Opa nicht mehr.